hallo und willkommen zurück zu mad max so transfertanklager blutstrand wollen wir mal da hin fahren dann mal gucken was da wieder bringt hallo und sicht also da gehen wir mal dahin hallo dass man die karre da wecker rammt die karre haben wir abgedatet mit neuen rammschutz in so einem kram deswegen die auch jetzt ein bisschen langsamer ist weil der rammschutz immer mehr gewicht hat ja dann hier machen wir die tür auf eingeschränkt wort eingeschränkt komm hier hapune wir haben ja war durch die tür so guten tag so was haben wir hier nix ok gehen wir nach oben hier die schon wieder schrott rum 1 von 8 warquire wo ist der naja den treffe ich von hier aus nicht so ja Ich. Echt. Hallo. So, was willst du noch? Da ist er wütend Komm her Er wieder her Komm Geh weg Geh schlafen So Und du da oben Kannst dich auch mal verabschieden So, hier haben wir einen Transfer-Tank Den jagen wir drück mal hoch Und Tschüss Hier direkt schon mal zwei zerstört Da ist noch einer Und Tschüss Ach, drei von acht Hmm Da steht noch einer rum Irgendwo so ein Kasten hier Auch hier hat er noch was vergessen Aber von da kommen wir Dann muss ich doch mal gucken Hier oben kann man ja auch noch hoch Was gibt es da denn? Oh, ein Kanister Und hier ist auch noch ein Transfer-Tank Und hier haben wir auch weg So, vier von acht Und da ist noch einer Und da ist noch einer Ist dann Nummer fünf Und Tschüss Hier können wir Wasser trinken Brauche ich aber gerade nicht Ich habe genug Komme ich da irgendwie hoch? Ach, ich muss hier durch Okay Dreht nochmal die Tür ein Komme ich aber nicht weiter Irgendwo so ein Ding Nee Gut Da ist nix Hier ist noch ein bisschen Schrott So, hier kommen wir dann nach oben Dann geht es wahrscheinlich hier auch weiter Oh, hier eine Reliquie Ein Relikt Historisch Steht denn da Mami ist mit einem großen Flugzeug vor Sie tötet die bösen Leute Damit wir frei sein können Hoffe sie bringt Essen mit nach Hause Wir haben Hunger Ronda Viereinhalb Jahre Mhm So, hier geht es weiter runter Hier liegt noch ein bisschen Schrott rum Zwei Stück Dann fehlen noch vier Ja, dann kommt mal Er will zuerst, wird noch nicht Du Mische ich nicht ein Ja, hallo Ich bin gerade beschäftigt Ey, sag mal Können wir mal eben kurz warten Bis ich mit dem Freddy bin So, du Dann du wieder Dann du wieder So, hier ist auch noch ein paar So, waren sie das Ja, das waren sie Gucken wir uns da noch beihaben So ein bisschen Der hat auch noch was hier Hier bringt noch Schrott rum Hier ist auch noch Schrott Da ist so eine Insignia Die schießen wir direkt mal da runter So, liegt denn hier irgendwo so ein Tank rum So, hier haben wir noch Schrott Sieben Da muss hier irgendwo einer rumliegen Da ist noch eins Letzte Schrott So, dann haben wir noch ein paar Tanks Einmal hier Ich bin natürlich beide zerstört Schon mal etwas So, dann den hier noch Sieben Und hier haben wir Nummer acht Der letzte Aber wir gucken erst noch mal hier oben Hier haben wir nämlich noch ein bisschen Uni So Dann nehmen wir den Tank hier wieder auf Sprengen den letzten Schrott hier nach weg Und dann haben wir das auch schon erledigt So Öltransferlager Blutstrand Aufgelöst Zu 90% Da fehlt mir eine Insignia Wo die jetzt ist, keine Ahnung Ob die ich übersehen habe Ist aber auch nicht ganz so schlimm eigentlich Muss ja nicht alles hier wegmachen Das bin ich ja Dieses Jahr noch nicht fertig So Wann nehmen wir denn als nächstes? Gucken wir mal Jetzt sind wir da Da ist noch eine Vogelscheuche Die können wir eben wegreißen Hauen wir die mal eben um Weg So Hier Erstmal nehmen wir den Reifen ab Den hat er mal was macht hier So Gub auf Und tschüss Haben wir doch gerade gemacht Hm ist der doof oder was? So Da hinten ist die Vogelscheuche Können wir die auch mal wegreißen Umhauen quasi Wenn wir da irgendwie hinkommen Kommt mal hier hoch So Dann reißen wir um das Ding So Wieder eine weniger Da ging ja kaum mal von weg Was ist das denn? So ein Millimeter So Hier Das auch noch War nur zwei Nur zweimal Schrott Hm Das ist nicht viel Brumm brumm So Hier Jetzt haben wir noch Ähm Ne Ransum Warte ich nicht Da ist noch so ein Lager Vernichtest Denkkams Legion Machen wir doch mal ne Na ja Mal da mal eben hin Nehmen wir das auch noch auseinander Und dann denke ich mal ist die Folge auch schon wieder vorbei Mal da so ein paar Spasten hier rumfahren Habe ich eigentlich wieder Munition Ich habe wieder fünf Na schön Tschüss Und du auch Tschüss Ja ist schon ganz schön wenn man die Waffe schon so upgedatet hat hat die ein bisschen mehr Power hat Dann ähm Sprengt man die Karren so in der Luft und sind direkt kaputt Weil der gar nicht mal so schlecht ist So links ab Und Gas Geh mal durch da Na ja Du bist mir auch so ein Boom Boom ey Oh was hat der hin Das Ding weg So Unglaublich so was Was hat der für einen Weg hier ey Oh da noch so ein Boom Das wird mal wegreißen So Noch einer Da ist noch einer So Auch weg Das Ding auch noch weg So Was haben wir denn da Da kommen wir jetzt nicht hin weil da so eine Flamme ist Wo sind das Ding Da unten Machen wir doch ganz einfach So Dann gehen wir da mal rein Dann räumen wir hier nochmal eben auf So 6 Insignien 10 Schrott Und Spellcrew Teile Oh Praktisch Päht mir glaube ich eh noch was von So hier haben wir schon mal ein bisschen Muni Hier ist so eine Wumme Äh eine Waffe Nehmen wir direkt mal mit Da können wir die Typen direkt hier ein bisschen zusammen kloppen Da haben wir ja schon ein paar Dann kommt mal her Wie will zuerst Du Oh Hier Hier ist auch noch ein paar ab Du trittst mich nicht nochmal Dann hier ist noch einer So Schnauze Ach das noch einer Noch so einer von der Blue Man Group Hm Da gefallen mir die von der Blue Man Group Aber besser die Musik machen Als hier so Spackos Muss ich eigentlich hier hin Ich renne einfach mal hier hin Da ist eine Insignie Hier können wir mal runter schießen Schon mal eine weniger Man muss ein riesen Festung hier Intruder Intruder So Den ausgeschaltet Aua Komm denn So Wer noch Aua Oh komm her Was wird denn Das ist ja Ruhe Echt ey Waschlappen So Was haben wir denn da Wo ist ein Insigni Wie krieg ich da Komm ich da denn hin Ach da ist eine Treppe Gut Hier auch noch irgendwas Schrott oder so Gott Sache Das ist Schrott Nummer 1 Habe ich immer vergessen So haben wir hier schon mal Speku 2 Ist auch guttisch Geh mal essen Niumi So hier weg damit 2 von 6 Sollen die denn alle sein So Wo muss ich denn hin Da ist nur eine Tür Hier ist auch noch was Explosion Ja liegt denn Irgendwas rum Zum explodieren lassen Vielleicht hier drin Oh ich soll kein Benzin Aber Schrott Da geht es weiter Da ist noch so eine Insignia Ja Wie muss da irgendwo So ein Kanister rumliegen Muss halt irgendwie wegspringen Hat nicht da oben noch ein Kanister Hm Ne Das ist ja doof Komm ich da ja gar nicht rein Da kommen wir zurück Ja gehen wir mal hier weiter Vielleicht muss ich von da oben Ja kann ich es da mitnehmen Wäre natürlich möglich So Schwab Nummer 4 Hallo Tschüss Ja So So Hier Zack Noch ein paar Knopf So Ruhe Hier muss doch irgendwo ein Kanister rumliegen Gibt es ja gar nicht Gibt es ja gar nicht Da ist ein Kanister Nehmen wir da direkt mal mit Komm ich da unten rein Gucken wir erstmal hier oben Oder geht es ja weiter Oder geht es ja weiter So So Nochmal Schrott Ups Verstoßte Jetzt nochmal Schrott Ach Wie geht es weiter Noch einer Noch einer So Penner Ich wollte gerade schießen Was hat denn jetzt Wartet Weg mit dem Da gibt es noch Wasser Und da geht es wieder zurück Und da geht es wieder zurück Da ist eine Tür Die braucht Explosion Und wenn ich natürlich wieder kein Kann dies da rum Ach Sieh mal einer an Was Wenn ich da drauf schieß Das brenne ich auch noch Sieh mal einer an Ein Kanister Drei Stück Nein Muss ich eine Schrott nehmen So Da kommen wir schon da unten hin Wo ich hin muss Oder mussten wir noch hier irgendwo hin Ich glaube ich kann hier über die Brücke gehen Und da komme ich glaube ich da unten hin Wo ich nicht aufsprengen konnte Glaube ich zumindest Sicherweise geht auch nicht Ich habe auch keine Muni mehr glaube ich Oder Nicht auch noch Schrott rum So Hier ist auch noch mal Schrott Oh Mir ist da oben hin Achja Die Insignia Vier Von sechs Wo sind die anderen denn dann Also Ach guck mal da Wo ist sie denn her Oh Sind wir ja durch Wunderbar Stankam Lager Blutfleck Canyon Aufgelöst Vernichter Stankams Legion Haben wir dann geschafft Und dann würde ich sagen Ben Wir enden mal die Folge auch mal Und dann sehen wir uns In der nächsten wieder Wir enden mal die Folge auch mal die Folge auch mal die Folge auch mal in der Woche 1500 Der